Was gibt es schöneres, liebe Zuschauer, als bei sonnigem Wetter so einen herrlichen Cocktail zu schlürfen? Ducktail nennt sich dieser außergewöhnliche Trink und er liegt absolut im Trend, denn je kreativer, desto beliebter. Wir haben uns auf der Intergastra in Stuttgart einmal umgehört. Welche Cocktails ums 2018 erwarten und jemanden gefunden, der es wissen muss? 2018 erwartet uns vor allem, wie wir schon eine ganze Weile haben, leichte Cocktails, zum Beispiel mit Lillee, mit ein bisschen Tonic Water. Es erwarten uns Shrubs. Shrubs sind von ganz, ganz früher mit Früchten und Essig eingelegt, was ganz Spannendes. Und ich denke, die Ginwelle wird weitergehen, aber langsam, aber sicher bewegen wir uns Gott sei Dank auch wieder in Richtung Rum. Wir haben auch wieder Schirmchen, Cocktailschirmchen wird wieder in und wir freuen uns alle drüber. Ganz viele frische Früchte im Sommer sowieso, wobei die Dekos kleiner werden. Wir sind ganz minimalistisch, kleine Deko. Wir haben hier zum Beispiel Gurke in Rote Bete eingelegt. Gibt eine schöne Farbe, gibt auch die Farbe in den Drink ab. Der Drink verändert sich im Laufe der Zeit, wenn er steht. Sehr spannend. Bis zum nächsten Mal.